Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen News-Update. Heute ist der zweite erste, 2013. Das klingt irgendwie voll nach Science-Fiction, aber das kommt wahrscheinlich, weil ich schon ein bisschen ältere Generation bin. Alles nach 2000 ist Science-Fiction. Aber ja, jede Menge News und als kleine Erklärung, warum da gerade im Hintergrund dieses Bild läuft, das ist die erste Fanart, die ich bekommen habe. Vielen Dank nochmal an Nioi dafür. Link gibt es auch unten in der Beschreibung zu seiner Davian Arts Seite. Und ich habe mich da tierisch gefreut. Also es ist jede Menge Arbeit, die in sowas drin steckt. Und wenn man dann sieht, dass jemand das quasi durchein inspiriert macht, das ist einfach nur irre geil. Also ihr habt den halben Tag nicht aufhören können zu grinsen. Und das, ja, einfach nur sehr schön. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Das ist die Heldengruppe aus DSA, falls ihr das nicht sofort erkennt. Und ich finde das auch sehr gelungen. Und es ist auch schön, das wirklich mal zu sehen, also dass man dem Ganzen ein bisschen mehr Leben einhaucht. In dem Let's Play an sich gibt es ja auch Sprechblasen, jedenfalls größtenteils, um den Charakteren ein bisschen mehr Charakter zu geben. Aber jetzt nochmal so eine richtige grafische Repräsentation ist schon mal sehr coole Sache. Das ist schon mal eine Neuigkeit gewesen. Eine andere recht große Neuigkeit ist auch noch, dass ich bei Gronkh erwähnt wurde. Und zwar von ihm namentlich in seinem Let's Rutsch 2013. Da kamen dann doch recht viele Neuhabonnenten rüber. Es waren jetzt 300 in den letzten anderthalb Tagen. Oder letzten einen Tag eher gesagt. Mal gucken, wie viele es noch werden und mal gucken, wie viele davon überhaupt bleiben. Denn es ist ja recht häufig, dass wenn ein Großer mal irgendein Kleineren erwähnt, dass dann alle kurz dahin gucken, worum das denn überhaupt geht. Und dann gehen sie auch gleich wieder. Aber das müssen wir dann gucken. Falls ihr sein Video übrigens noch nicht geguckt habt, würde ich es euch ans Herz legen. Auch wenn ihr normalerweise ihn nicht guckt, aus welchen Gründen auch immer. Es ist ein sehr persönliches und sehr offenes Video. Vor allem auch zwei Stunden lang redet er sich da wirklich vom Herzen weg. Und sich sowas zu trauen, auch auf YouTube gerade, vor allem wenn man so eine größere Persönlichkeit ist, ist auf jeden Fall sehr lobenswert. Und ich denke, es wird vielen Leuten auch gut tun, sowas mal zu hören. Ja, das war jetzt recht ominös. Aber schaut einfach rein, wenn ihr die Zeit und die Geduld dafür habt. Eine weitere News ist das neue Forum. Ja, wir basteln da schon seit einer ganzen Weile dran. Und es ist jetzt größtenteils fertig. Das heißt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr da vorbeischauen. Das ist gerogon.de slash forum. Also gerogon.de dauert wohl noch eine Weile. Da ist der Webdesigner noch am Basteln. Aber das Forum haben wir schon größtenteils hingestellt. Falls ihr da irgendwelche Fehler findet oder Anmerkungen habt, bitte sofort posten. Wir sind da jeden Tag dabei und versuchen das zu erweitern. Sind da aber natürlich auch auf die Tester angewiesen und auf die ganzen neuen Mitglieder. Es gibt mehrere Unterforum, auch für After-Action-Reports. Also wenn ihr irgendwelche Geschichten schreiben wollt, zu euren Spielen, die ihr gerade spielt. Zu jedem Projekt gibt es ein eigenes Unterforum, wo man sich dann da austauschen kann. Wo wichtige Links drin sind zu den Homepages, zu den Wikis und so weiter. Da könnt ihr auch gerne immer dazu schreiben, falls ihr noch andere Links kennt. Die füge ich dann in den Original-Posts mit ein. Der Gedanke dahinter ist eigentlich, dass sich so der Kern aus dem Gerogon-Kanal sich da sammeln und austauschen kann. Ich denke mal, die breite Masse wird es da gar nicht erst hinziehen. Aber schauen wir mal. Es ist auf jeden Fall Experiment und gucken wir, wie es läuft. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal an den Grafiker und den Designer und meine IT-Menschen, die alle daran mitgeholfen haben und auch die Tester von dem Forum. Die Links zu den meisten Leuten davon findet ihr bei mir in der Kanalbeschreibung. Also unten in den Dinglingens. Wisst ihr schon. Ja, und das müsste es auch eigentlich schon an den größten Sachen gewesen sein. Bei den Projekten ist es alles recht wild momentan. Ich habe ja sehr viele Mini-Let's Plays angefangen. Und gewisse Mini-Let's Plays sind auch größer geworden. Andere sind wieder kleiner geworden. Ich werde mich da jetzt nicht so festlegen. Ich werde weiterhin versuchen, die Hauptprojekte so weit durchzumachen. Aber ich werde auch zwischendurch einfach mal was anfangen und gucken, wie weit ich damit komme. Zum Beispiel Delver jetzt. Delver haben wir jetzt drei Leben abgeschlossen. Es wird wahrscheinlich noch ein viertes Leben geben. Und danach sollte es eigentlich abgeschlossen sein, wenn ich es denn schaffe. Aber wenn dann halt nichts kommt, bitte nicht böse sein. Ich werde bei diesen kleinen Projekten, die alle so roguelike sind, es immer so handhaben, dass sobald ein Leben zu Ende ist, also wir gestorben sind, dann ist das Projekt für mich abgeschlossen. Das heißt nicht, dass ich es nicht irgendwann wieder aufmache und dann noch ein Leben spiele. Aber ich will mich nicht selber unter Druck setzen, dass ich da unbedingt was machen muss. Das heißt, die wichtigen Projekte sind eigentlich jetzt momentan nur Dwarf Fortress, DSA, Don't Starve und das war es auch eigentlich schon. Bei diesen Projekten werde ich halt versuchen, jeden Tag was zu bringen oder zumindest jeden zweiten Tag. Und die anderen kommen dann halt, wann sie kommen. Zum Beispiel auch Stars, das spiele ich zwar auch ganz gerne. Kommt zwar nicht ganz so gut an, aber ich werde das trotzdem, soweit es geht, weiterspielen. Aber halt auch recht unregelmäßig. Allgemein zu den anderen Projekten. Planescape Torment ist momentan erstmal pausiert. Also, ja, es ist jetzt seit ein Dreivierteljahr ein Nebenprojekt gewesen und es kam fast nie irgendetwas. Aber jetzt ist es wirklich offiziell pausiert, da ich technische Probleme habe. Die habe ich ja schon ein, zwei Mal angesprochen. Ich kann jetzt entweder aufnehmen oder das Spiel richtig spielen. Beides zusammen klappt nicht. Wegen dem Fix, den ich habe. Also, ich habe einen Fix, damit die Zaubersprüche einigermaßen gut dargestellt werden. Aber der Fix benutzt halt einen anderen Codec, den weder Fraps noch die X-Tory erkennen. Und das macht das Ganze ein bisschen problematisch. Also, Planescape Torment ist erstmal jetzt vorbei, solange ich das gefixt bekommen habe und auch wieder Lust dazu habe. X3 ist ebenfalls erstmal pausiert. Zum einen, weil ich da jetzt recht viel noch off-camera machen müsste, bevor ich da weiterspielen kann. Und zum anderen habe ich momentan nicht so sehr die Muse dafür. Wir haben jetzt gerade eine Phase abgeschlossen. Die nächste Phase wäre gewesen, mit den Missionen anzufangen. Das kommt dann irgendwann, wenn ich Zeit und Lust dazu habe. Ja, das müsste es eigentlich auch schon gewesen sein an News. Wie gesagt, eine ganze Menge. Recht spannende Zeit für mich momentan. Aber gucken wir, was kommt. Viel Spaß bei meinen Projekten und wir sehen uns demnächst. Bye, bye.